Okay, Strife ist eindeutig witziger, aber das war vorher schon so, Krieg hat kein Humor, was das so belangt. Oh, kommt her. Oh, jetzt können wir rüber. Aber vielleicht nochmal ein bisschen umgucken oder sowas? Nö. Nee, zum Beispiel ist eine Fährmannsbünze. Da unten sind noch Gegner. Gleich nicht mehr. Wenn sie Chili gegessen hätten mit dem Feuer hinten am Po, aber... Das ist ein schönes Gemetzel, ich liebe es. Es ist nur ein bisschen ungewohnt, dass man die Figuren von so weit entfernt sieht. Ja, aber wie gesagt, das Gameplay selbst ist deutlich näher am... alten Darkseiders als... wie es vermuten lief, so an Diablo und so. Hm. Ja gut, dann müssen wir jetzt rüber, würde ich mal so sagen. Warte, das ist noch besser. Oh, das sind nichts von der Szene, alles klar. Das ist schon wieder ein Siegeln. Ja, das kennen wir schon. Oh nein, nicht diese Minen, die hasse ich. Das habe ich nie hingekriegt. Das war ein Fehler. Ich kann nicht alle holen, alles klar. Ah, sehr schön. Kiste. Belohnungskiste. Hier sind noch lila Sachen rum. Und noch ein mysteriöses Objekt. Kriegst du die auch, diese mysteriösen Objekte, oder ist das... Ja, ja. Ach, gut, okay. Das wäre ja sonst schade. Warte mal, jetzt noch ein Gegner. Da sitzt ich hier in der Ecke. Oh, wie süß. Jetzt nicht mehr. Tschüss. Jetzt saß da eben alleine in der Ecke. Du bist nicht mehr alleine. Wir schicken dich zu deinen Freunden. Genau, du bist nicht mehr alleine. Ladungsschuss. Ui. Feuer hat eine Durchschlagskugel ab. Kann bis zu dreimal für mehr Schusskraft und Größe aufgeladen werden. Super Serie. Feuer hat sofort voll aufgeladene Schüsse ab. Passiv. Erhöhlt auf die Angriffskraft für jeden erlanden Munitionstür. Okay. Ladungsschuss ausrüsten. Halte LB und verwende... Warte mal, ich mache, glaube ich, mal die Kamera doch aus. Ah, geht jetzt nicht. Aber ich lese es hervor. Halte LB und verwende R für die Munitionsauswahl. Ladungsschuss feuern, wenn Platz 1 zugewiesen, wenn Platz 2 zugewiesen. Okay. Ist es quasi Reaktivakkufeuer? Oh Gott. Das wird ja lustig werden. Okay. Puh. Ja. Wobei das ist, glaube ich, das 3 zugewiesen. Oh. So. Mal gucken. Ah. Oh, ich kann den Klingenreise, glaube ich, wieder machen, wenn ich das richtig sehe. Ja, generell wäre es jetzt vielleicht für ein LP interessanter gewesen, wenn ich Strife genommen hätte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit Krieg besser klar als mit Strife. Ja. So schlimm ist das ja auch nicht. Nö, solange wir das alles zusammen machen. Die Story bleibt, ja. Ich glaube, das ist ein Fahrstuhl, oder? Nee. Nicht ganz. Nee, wir müssen rüber. Großartig. Okay, geht. Ich muss eine Fernanslinze. Ich bin echt gespannt, ob Vulgrim wieder da sein würde. Das wäre echt toll. Ich würde mich drüber freuen. Wenn der auch mal wieder eine größere Rolle spielen würde. Okay, warte mal. Und dann. Lass es wieder runterspringen. Okay. Ist da? Ist da? Warum was? Nö, ne? Ne, da ist nur noch wieder eine Fernanslinze. Hier ist noch eine Bölze. Ah ja, wird auch angezeigt. 8 von 9, 10, alles klar. Oh, da gibt es ja einige Goodies und einige Extras, die man hier einsammeln kann. Bislang ist es auch angenehm, dass hier nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Waffen oder sowas tropfen, sondern es ist einfach nur Energien. Ja, ich sage ja, ich hoffe ganz stark auf Vulgrim, dass man sich dann da eventuell Sachen oder Verbesserungen holen kann oder keine Ahnung was. Für irgendwas müssen die Seelen ja gut sein, für irgendwas müssen die Seelen ja gut sein, die du einsammelst. Oder irgendeine Mode hätten wir halt. Nein, ich will Vulgrim haben. Ja, natürlich priorisiert, aber mal gucken. Ich mag Vulgrim. Im ersten Teil, im zweiten war er ja nicht mehr ganz so präsent und im dritten, ja. Ja, aber etwas Neues für dich. Lava-Türme. Mal gucken. Weil die Karte ist dann doch immer etwas größer, als man sie sieht auf den ersten Blick. Ja. Und meine, auch keine Übersichtskappe. Also ich habe keine gesehen bislang. Ah, doch. Doch, doch, sie ist da. Äh, Optionen ist sie da. Und du kriegst auch dann angezeigt, was du schon ungefähr mit eingesammelt hast. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil sonst, wenn ich so sehe, was du alles einsammeln kannst, auf der rechten Seite, ne, Gespräche, Teleport, Arealeingänge. Also es ist ja eine Menge, was hier ist. Oder es ist vielleicht ganz gut, dass es angezeigt wird. Müssen wir hier unten schon hin? Oder ist das nur... Ja, hier ein bisschen... Ich sehe hier auf jeden Fall noch eine Kiste. Ui. Die würden wir wahrscheinlich holen können. Da oben ist auch ein Trickschlüssel, wenn ich das so sehe. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt überhaupt richtig laufen. Ja, das ist sie eben. Unten geht es auf jeden Fall noch weiter. Und da oben kannst du irgendwo rüberspringen, ne? Irgendwie, ja. Ich gucke mal. Da kommen wir her, ne? Ja, ja. Haben wir da eine überlegen? Da scheint noch eine Kiste zu sein. Also wenn ich mir auf... Wenn ich auf die Karte gucke, ist da irgendwie noch eine... Ah, nein, 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 nein. Hi. Ja, was ist das Doofe? Man springt erst zurück. Ich sehe auch momentan nicht so wirklich unsere... Warte mal, sind wir hier irgendwo angezeigt? Ich sehe gar nicht unsere Position gerade. Festungsweg. Erledigt. Überwinde die Außenmauer des Schwarzen Steins und finde einen anderen Weg in den Schwarzen Stein. Okay. Die Frage ist, wo wir gerade sind. Ja, eben. Ich sehe auch keine... Ich sehe uns da nicht auf der Karte. Gaunersenke. Das scheint unter uns zu sein, wenn wir links weiterlaufen würden. Das ist noch ein bisschen verwirrend. Ich könnte so echt nichts sagen. So, hier sind wir einmal rübergesprungen. Wo genau sind wir hier eigentlich? Da haben wir alles eingesammelt. Wir sind im Gebiet Festungsweg. Wir sind im Gebiet Festungsweg. Aber wo genau? Das ist so die Frage. Wenn da unten die ganzen Fährmannsmünzen sind, die wir eben mitgenommen haben beim Runterlassen, dann haben wir da... Ah, nee, wir haben auf der linken Seite irgendwas vergessen. Wir sind ja vom Außenposten gekommen, wenn ich das richtig sehe. Links und rechts haben wir was. Da haben wir einiges sogar gelassen. Beschwörungssteine? Okay, dem Raum wäre er nicht. So, was sagt die Karte jetzt? Jetzt sagt er mir, wie ich bin am Außenpost. Okay, das ist aber wenigstens ein bisschen anwenderfreundlicher von der Steuerung her. Ich weiß, dass ich ja schon sehr oft gestorben bin bei solchen Sachen. Ja, in den alten Teilen, ja. Wenn man irgendwo rüber springt und zurückspringt und keine Ahnung was. Ich muss dann noch mal mich hochporten lassen. Oh, das ging so. Oh, Gott sei Dank. Okay. Jetzt ist die Frage. Es ist ein bisschen schade, dass man auf der Kamera nicht wirklich angezeigt kriegt, wo man gerade ist. Da ist links noch irgendwas, aber da unten war auch noch was. Oh Mann. Da alles mitzunehmen wird, glaube ich, schwierig. Oder man muss es mal im Nachhinein machen. Das ist halt immer die Frage, will man einen 100% Run machen oder nicht? Oder halt hauptsächlich wegen der Story spielen. Das ist halt immer die Frage. Oh. Ich bin mal weitergelaufen. Das war ganz geschickt. Ja, ich glaube, dann laufen wir einfach mal so das, was wir so mitnehmen beim ersten Mal, laufen wir ganz normal ab und dann ansonsten... Bei diesem komischen Skelett, genau, hier ist eine Murmel noch. Die haben wir nicht benutzt. Ah. Ja, siehst du? Das ist, glaube ich, dann diese eine Insel. Genau. Und hier war noch irgendwie ein Fermatort oder sowas. Okay. Und ein Vergegner. Oh, wow. Oh, warte mal. Die Roten sehen aber nach Explosionen aus, oder? Weißt du, ich habe noch Film. Jetzt. Du hast einen Film? Ja. Oh nein, echt. Ich habe gar nichts angezeigt. Ich habe nichts angezeigt. Ich habe nichts angezeigt. Hier haben ein paar Dämonen. Es ist halt ein Film, wie die Dämonen hier diese Balliste abfeuern. Ja, das ist aber dann wie... Oh Mann. Ist in der Strife doch die Haupt... Ich meine, das ist ja sowieso die Hauptperson hier, aber... Das ist ja ein Ding. Okay, ich kann es aber nicht abfeuern. Die ist auch kaputt. Lass mich raten. Die feuert nie wieder. Das haben sie im Film gezeigt. Nein. Nein? Achso. Dann kann man danach kaputt sein. Achso. Da unten sind noch Gegner. Und da ist... Könnte noch ein Zornstein... Oder so ein Splitter sein? Zornsplitter? Ja, das ist es. Was ist es? Was ist es? Jawohl. Ein Zornsteinfragment. Juhu. Das erinnert mich ganz stark an den ersten Teil. Dass man das nochmal wieder alles aufwerten kann. Und, äh... Ja, dann haben wir... Noch weiter hinten haben wir auch ein Fragment verpasst, aber... Ja. Ich weiß gar nicht, ähm... Die Frage ist, inwiefern das für uns beide jetzt ein Spielstand ist. Sonst kann man es ja nachholen oder sowas. Da muss man ja nicht unbedingt jetzt... Ja. Im Let's Play machen oder sowas, aber... Eben, sonst zieht sich das hier nämlich ewig. Ja. Nee, also ich würde schon ganz gerne dann so relativ straight... Ich meine, oben können wir auch, äh... Oben lang und unten lang. Das würde ich natürlich so mitnehmen. Aber so jetzt diese ganzen Details mit allen möglichen Fragmenten, Splitter und Kisten und sowas, das kann man tatsächlich nochmal so offscreen machen. Und man kann, jetzt wo man das weiß, halt häufiger einfach mal auf die Karte gucken. Genau. Aber es ist eben halt... Dass man dann kein Backtracking hat. Ja. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil man eben so und nicht auf spontan sieht, ob man gerade ist. Ja, das ist richtig, was hier dann losgebiet. Ist ja schön. So. Ach komm, lass doch einfach... Sprich einfach rüber, danke. So. Auch schon da. So. Ich denke, wenn wir mal oben sollen wir generell weiter. Aber unten ist nämlich auch noch was. Weil wenn ich runtergehe, dann habe ich da noch diesen, äh... Wie heißt das? Die Leerquelle, ähm... Gaunersenke. Hier unten lang. Hier kann man auf jeden Fall auch irgendwie noch rüber. Ja, aber da oben geht's, glaube ich, äh, regulär weiter. Sicher? Oder ist hier oben die Truhe? Ich sag mal dazu. Die angezeigt wird, diese... Die rechts ist. Weil ich denke mal, im Norden geht's zum Beispiel. Deswegen. Ach so. Ich guck einfach mal. Nee, äh, scheint, das ist dieses kleine... Ja, genau. Ach, jetzt habe ich auch einen Film mit dem Katapult hier. Der... Denkst du, okay. Und das hast du in etwa verpasst. Ja, okay. Das war jetzt nicht so die Welt. Nein. Ich dachte jetzt, irgendwas richtig... Ja, essentiell. Wenn du das richtig verpasst, kannst du das Spiel verkaufen. Das kann schon mal sein. Das habe ich schon in Ruhe. Gab, hatte ich das schon mal in einem Spiel, dass man dann wirklich so... Okay, die Ballisten sind weg. Oh, guck mal, da ist ein besonderer Schädel in den Flammen. Ein besonderer Schädel in den Flammen? Nein. Kriegt man... Hast du Schaden gekriegt? Ja, aber ich habe mich gleich wieder geheilt durch den Schäden. Das hat sich nicht wirklich gelohnt, den einen zu sammeln, glaube ich. Nein, aber es war so... Der Beginn eines Running Gags. Komm, in dem Maul von dem Fieser, das ist wirklich schon so aus, ne? Ja, das ist richtig. So, das heißt, wir müssen... Da oben geht es dann wohl regulär weiter, aber hier unten ist, glaube ich, noch diese Gaunersenke. Das ist dann nochmal so... Da ist ein Fährmannsmünzer. Jey! Viele Hunde. Mhm. Brennende Hunde. Und nochmal mysteriöse Gegenteil. Es pulsiert wohl in der Nase. Oh. Okay. Warum? Die Hölle ist eine Schlangengrube. Brauchen Dämonenfürsten einen Grund, einander zu bekriegen? Glauben nicht, aber da nimmt sich jemand viel vor. Sie werden auf dem Weg zu Samael für Unterhaltung sorgen. Ich hoffe, er hat was Interessantes zu erzählen, sonst wird der Rat stinkig. Wenn wir nicht weitergehen, werden wir einen Leichnam befragen. Dieser Angriff ebbt nicht ab. Und seinetwegen beeilen? Wie lästig. Okay, gut. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwas getriggert. Verdammt. Ja. Dialog. Der ist sogar als Dialog auf der Kappe, glaube ich, markiert gewesen. Ja gut, die Truhe könnten wir uns sparen, falls wir nochmal kämpfen oder sowas. Hier ist nochmal so eine Grundheitstruhe. Ich glaube, das geht aber jetzt immer weiter, ne? Richtung, ähm, da wo wir eigentlich hin sollen. Warte mal, da ist irgendwas. Da drin ist irgendwas. Da läuft irgendwas. Kann man da rein? Oh ja, das war ein Explosivfass. Ich habe eine Truhe befreit. Du bist frei, kleine Truhe. Ja. Geh da hin. Oh, alter. Autsch. Au. Au. Dankeschön. Gehen Sie auf. Der hat ein bisschen mehr wehgetan. Da waren leider Explosivfässer drin. Die sind hochgegangen. Da ist nochmal ein Karaschädel. Die kommen auch runter noch, ne? Ja, aber hier war ich glaube ich... Okay, hier gehst du auch noch weiter runter, ne? Ja. Schade, dass man... Warte mal. Ah, man sieht auf der Karte... Die Karte sagt leider gar nichts darüber aus. Da ist nur ein Redner, okay. Okay, hier sollte man glaube ich nicht runter springen. Puh. Dann müssen wir doch da hinten weiter. Aber hier kann man runter. Da ist auch gleich... Keine Kiste. Das ist auch gleich. Puh. Stefan zieht jetzt dann schon zusammen hier mit den Seelen. Ja, weil dann doch nichts mehr aufhört. Das ist auch jetzt eine Kiste. Aber das... Ich glaube das lohnt sich dann auch schon. Wenn wir wirklich noch den Händler kriegen oder einen Händler kriegen, dann lohnt sich das definitiv. Oh, hier ist ein Schwert. Hier ist ein Lobelist. Der macht Dinge. Ja, das ist doch der zum... Ah, ja. Zum Connecten, ne? Ja, ja. Zum Freude einzuladen. Ein Weg über die Außenmauer. Ach, du bist zu stark. Schon wieder klettern. Aber wir sollten erstmal oben kommen. Schon eine leichtere Ausrüstung gedacht. Krieg. So. Wir haben hier nämlich einiges hinter uns noch liegen gelassen. Fährmannsmünzen. Das große Kram. Ich glaube die waren... ...noch oben. Wir sind ja erstmal hier runter gegangen. Aber ja, oben ging es ja auch nochmal ein Stück weiter. Hm. Du meinst ganz oben. Da wo wir eben... Weil hier war ja die Kiste, die explodiert ist. Und ansonsten... Da wo ich dachte, das... Hier war ja irgendwann der Dialog, wo wir hin... Genau. Genau. Und bei dem Dialog, jetzt hier noch ein bisschen weiter zurück, müssen irgendwo drei Münzen sein. Okay. Also wenn ich mir die Maps so angucke, ist das zumindest so. Ja, ich dachte ja ursprünglich, dass es hier oben weitergehen würde, ne? Das ist immer... Das ist ein bisschen schwierig, wenn man dann keine Orientierung auf der Karte hat. Ja, ja. Man sieht es nicht genau, wo es weitergeht, wo nicht. Weil ich dachte nämlich, dass es hier weitergehen würde, wenn wir hier oben lang rennen. Und ich will dann ja auch nicht sofort irgendwas triggern, ne? Dass wir dann nicht jetzt mal eben so zurück können. Hm. Aber das ist immer dann nicht schwierig bei solchen Spielen. Man will erst mal das andere machen und die Hauptgeschichte nicht triggern und geht dann den anderen Weg, welche aber dann das doch irgendwie gelegen war. Und man erst recht dann doch die Hauptgeschichte triggert. Okay, hier sind... Das ist mir auch schon passiert. Hier sind die Fährmannsmünzen. Das heißt, man müsste rüberspringen. Da ist die Frage, ob da noch nicht noch irgendwas ist, da wo du jetzt gerade bist. Wahrscheinlich, ne? Oh. Oh. Okay, das ist aber... Nein! Das ist ein Trick. Ich weiß auch, warum der so heißt. Weil es ein Trick ist, da ranzukommen. Och komm, das ist für eine Steuerung aber auch richtig mies, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe die drei Münzen. Und hier ist auch noch eine Objekttruhe, die haben wir auch noch liegen lassen. Hier, genau. Da warte ich aber, bis du da bist. Oh. Ich habe Schweiß. Das ist so fein. Och man, ich fall schon wieder runter. Das ist doch doof. Hast du den Schlüssel noch gekickt? Nee, den habe ich noch nicht. Weil ich ständig runterfalle. Hast du Tour oder Gamepad? Nein, nur ganz langsam. Ja, das tue ich, aber der fällt ständig daneben. Und ich war jetzt eben fast da. Ich bin gleich jetzt schon tot, wenn ich... Allein nur, weil ich, äh... Ich gehe jetzt echt Millimeter für Millimeter gerade. Ich muss nicht leichtsinnig werden. Okay, ich habe ihn. Oh Gott. Das ist wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, wie ich das hier mache, aber ich habe jetzt echt Angst, schon wieder runterzufallen. Dafür bin ich jetzt einfach schon zu oft runtergefallen. Weil der nur einen Schritt daneben und schon fällt. Das ist, äh... Fies. Genau. Und auf dem Rückweg dann, ähm, an die linke Kante vom Felsen gehen. Ich habe die... Ich muss die Schlüssel erst holen. Äh, die Fährmannsmünzen. Ja, meine ich ja. An die linke Kante vom Felsen. Wo bist du denn jetzt? Da bist du. Ich bin jetzt hier oben wieder bei der Feuerschale. Oder immer noch oben. Hier in etwa musst du dann gucken. Und dann so klar rüber, oder was? So runter, durch die Münzen durch. Ähm... Hast du, oder? Nee, dann sind die bei uns an unterschiedlichen Stellen. Weil dabei sind bei mir keine Münzen. Oder, äh, die wurden gleich für beide eingesongen. Kann das sein. Nee, nee, die sind da noch bei mir. Nein, ich sehe sie ja nicht mehr. Ich habe nur in etwa gezeigt, wo du runter springst. Nee, da komme ich aber nicht an die Münzen ran. Die stehen bei... sind bei mir hier bei dem anderen. Moment. Also, es ist so eh nichts, aber es geht so. So. Jetzt habe ich sie. Okay. Hier ist noch... Objekt hoch. Da ist aber noch eine Fernmandsmünze. So ist ja noch eine Fernmandsmünze. Ach nee, bei den Beschwörungssteinen irgendwie. Ja, die kann ich jetzt auch gut gebrauchen. Die hatte ich ja vorhin extra nicht aufgemacht, weil ich voll war. Weil die ja hauptsächlich Gesundheit intus hat. So. Ah, die ist hier oben. Okay. Ja, jetzt habe ich sie auch. Ich habe sie nicht. Alles klar. Die habe ich nicht. Das war das Gespräch. Dann passt das auch. Da ist der Beschwörungssteiner. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich alles mitgenommen. Nein, ich habe die Münze hier noch nicht. Ach so, ja gut. Aber wie ich dich kenne, hast du die so zugleich. Also von daher. Ja, ich arbeite noch da. Echt? Wow. Ja, nee. Ich bin, äh, ungelandet schon oben. Ich bin anders gesprungen als du, deswegen. Weil ich dachte, ich muss erst an die Seite ranhüpfen. Aber es geht direkt, wie du dann, während ich schon gesprungen war, gezeigt hast. Das ist mir richtig eine Ehre, dass ich das mal geschafft habe. Hä? Bei mir kommt der nicht so hoch. Ich habe, äh, bin einmal gesprungen und habe dann gleich den Doppelsprung gemacht. Ja, ich auch. Dann noch den Schwebelsprung rüber. Also den Flügel. Ja, Schattenflug. Ja. Wobei ich... Merch mit den Begriffen. Ich will die Münze haben. Nein, nicht schießen. Meine Güte. Ja, schön wäre es, wenn man das dann mit diesem Geisterhaken machen kann. Könnte. So wie man sich dann eben halt die Gegner ranholt. Das geht bei Münzen glaube ich nicht. Nee, nee, geht nicht.